Ich habe ja gerade neue Handschuhe bekommen, da gibt es noch ein paar, also die Epics spritzen mich einfach an, es ist so eine spritzige Angelegenheit und ich raste völlig aus. Hallo, 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 weiter geht es mit Shakes and Fidget, willkommen dazu, ich bin der wunderbare Lars und begrüße euch ganz herzlich zu diesem weiteren neuen Part mit mir an eurer Seite. Es ist arschkalt, es regnet den ganzen Tag und mir geht gerade alles auf und sagt keine Ahnung warum und ich bin ultra müde, von daher wenn ein paar Ganner kommen, tut es mir wirklich leid, ich nehme das Ganze auf, konnte gestern nicht mehr aufnehmen, da ich wirklich gestern auch wieder todesmüde bin, warum? Weil ich nur todesmüde bin, von daher ein bisschen blöd, aber egal, wir sehen gerade eben hier, es ist ein wunderbares Epik, ja voll, wir haben ein Epik oder es ist ein Glücks-Epik, Random-Epik, nice, das zählt als Epik, Leute, das zählt, glaubt mir doch bitte. Also auf dem Klo war ich gerade schon, von daher kann das weg, ich habe noch zwei weitere Epics fürs Toilettilein, Fun-Gamer greifen wir gerne mal und gewinnen selbstverständlich, mit dem wunderbaren Boy klatschen wir gerne mal einmal ins Gesicht. In der Post, was ist da los? Frage im Videolesen, Hallo Lars, kennst du das Spiel Tiny Island? Wenn nicht, probier mal aus, hier der Link, hab ich schon mal gespielt, schlägt dein Spiel, auch zu dir spielen, wie findest du unser Gildenwappen oder findest, oder welches findest du am besten? Ich hab keine, wie gesagt, ich hab keinen Favorit bei den Gildenwappen und Earth sieht bestimmt wunderbar aus, DBZ, Dragon Ball Z, das sieht natürlich wunderbar aus mit dem Drachen, das ist Shenlong, oder wie heißt der Drache nochmal? Oh, Shenlong, ich kenne voll die Fachbegriffe, ich bin voll der Po-Mensch, ich kenne alles von Dragon Ball Z, alles, weil ich kenne Shenlong, der heißt, glaub ich, echt so, der Drache ist cool übrigens, weil der richtig, der sieht gar nicht aus wie so ein ganz Leberdrache, der sieht aus wie ein ganz, ganz böser Drache. Aber, Entschuldigung, gerne nochmal eins, der erfüllt auf jeden Fall Wünsche, von daher ist er auf jeden Fall ein netter Drache. Ähm, wie gesagt, ich kenne Tiny Island, hab's schon mal gespielt, beziehungsweise reingeschaut, aber wenn ihr sowas sehen wollt, schreibt es in die Kommentare, kann ich gerne für euch machen, das ist kein Problem. Sehr wichtig, bitte im Video lesen, sehr, sehr wichtig. Ich liebe dich, deine Let's Plays sind einfach nur geil. Dankeschön, ich finde, du machst die geilste Let's Plays der Welt, machst so weiter und gib nie auf, du schaffst noch die Millionen Abos. Dein Seed ist raus und schau. Dankeschön, Seed, für diese unglaublich geniale Nachricht, gefällt mir und eine Million Abos, da könnte ich auf jeden Fall von leben. Ja, man könnte von einer Million Abos leben, haha, als Let's Player auf jeden Fall. Ja, da bin ich wieder, beziehungsweise, yo. Der Stronger XT. Hi Lars, hatte dich letztes Mal gefragt, wegen einem Let's Play mit dir. You know. Ich hoffe, du weißt es noch. Auf jeden Fall sagtest du, wenn guter Content kommt, genau, hatte ich glaube ich schon, wenn guter Content da ist, auf jeden Fall. Und ist der denn da, werde ich gleich mal bei dir vorbeischauen. Und wenn es nicht stimmt, werde ich dir auf jeden Fall mal den Popo versolen. So, den haben wir auch geschafft, beziehungsweise die Alu fertig geklickt hier an dem Start. Wir gehen erstmal, oh, fast Stufe 321, aber schaffen wir heute leider nicht mehr. Wir skillen aber erstmal und zwar geschickt ein paar Mal. Und dann ist das ganze Gold schon wieder weg. Wer hat das, die sind leider wohl erwartet. Ab zum Dungeon, hier greifen wir Jan den Hämmerer an. Weil Jan, weiß ich nicht, Jan ist eigentlich ein Boy, der mal so langsam fallen könnte. Ich sage ja vielleicht jedes Mal bei jedem verdammten Part, aber ihr seht es selber. Aber ich habe geblättert, ich habe neue E-Fix bekommen, ich bin wesentlich besser geklickt und da passiert irgendwie nichts mehr. Man muss einfach nur Lack haben beim Jan. Und der Jan sagt uns gerade, nee, nee, es regnet wie aus Kübeln, wie aus Eimern draußen. Beziehungsweise als würde Gott gerade einfach auf die Erde pissen. Aber, ne, das geht einfach nicht. So wird Jan auf jeden Fall nicht fallen. Deswegen müssen wir weitermachen auf 2.23. Auf 2.23 gibt es nämlich auch die Post. Das ist nicht akzeptabel. Okay. Übrigens, da gab es so ein Dilemma. Boah, unser Gilden-Leader hat sich selber gekickt. Ich will jetzt nicht auslachen, aber es ist schon lustig. Habe ich auch schon geschafft, von daher kein Ding. Für den King, ne, weißt du Bescheid. Und ich war dein Leader, ist mir gar nicht aufgefallen. Sondern da habe ich irgendwann eine Nachricht gelesen, von wegen Lars, gib mal bitte den Leader zurück, weil der Kollege sich auch für sich gekickt hatte. Deswegen okay, habe ich gemacht. Dann passt das Ganze. Ja, wie sieht es aus auf Server. 23 große, große Baustelle, denn ich wollte ja da wechseln. Wir haben es so abgemacht, dass wir noch eine Woche warten. Die Woche ist jetzt rum, so wie ich das sehe. Und ich bin zuerst überlegen, bleibe ich denn jetzt bei Switch? Gehe ich zum Stammtisch? Denn viele wollen ja, Lars, geh unbedingt zum Stammtisch. Oder gehe ich zu Project X, beziehungsweise werde mich da nochmal anfragen, weil es kann natürlich sein, dass Project X mich gar nicht mehr haben will, weil ich ja nur so die ganze Zeit so lange gewartet habe. Da habe ich ja auch 50% übrigens. Na, klärchen, mein Bärchen. Von daher kann es natürlich sein, dass Project X jetzt sagt, nee, nee, Lars, du hast viel zu lange gewartet. Du kannst uns gepflegt einmal an unseren kleinen Anus lutschen. Ja, wenn das so ist, dann ist es halt so. Und ob ich jetzt zu Stammtisch gehe oder bei Switch bleibe oder eine eigene Gilde aufmache, die ich dann nenne, ich bin geiler wie ihr alle zusammen. Ich weiß es noch nicht. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Und ich denke mal, dass Freitag ein guter Termin ist, das Ganze mal auszumachen im Livestream. Ich frage natürlich, werde ich im Livestream-Check-Zifiz spielen. Rang 4 bin ich schon wieder. Gibt es doch gar nicht. So, aber 22, 23 bin ich zurzeit sehr, sehr, sehr weit oben in der Ehrenhalle. Was vielleicht daran liegt, dass ich gerade Alu klicke, aber pssst, nicht weiter. Nicht verraten, weißt du? So, Zauberwaffenland war hier nur Crap. Klöchen war ich gerade eben auch schon. Habe ein weiteres Epic reingeschmissen. Habe noch eins, sehr schön. Alu habe ich noch genug zu spielen. Von daher läuft das ganze Wunderbärchen. 312, fast halb durch. Also ich bin komplett durch. Nein, ist fast halb durch. Wie mein Kopf ist jetzt auch fast halb durch. Also wir haben auf jeden Fall keine Level hier schaffen. Das ist doch noch ein paar Tage bis zum nächsten Level. Was am Wochenende für ein Event ist, keine Ahnung. Also wie gesagt, am Wochenende, I don't know, was da los ist. Werden wir mal gucken. Vielleicht ist der ja, was ist der Gold-Event? Ich habe keine Ahnung, ist mir auch wurscht. Vielleicht kommt ja am Wochenende sogar der nächste Server, 2, 33. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Und wir müssen uns überraschen lassen. Überraschen lassen? Überraschen lassen, was da passiert. Da bist du ein ziemliches Lovermensch. Und viele sagen, am 6.6. soll der SNS-Server kommen. Keine Ahnung warum, weil scheinbar da irgendwie die Welt untergeht. Aber werden wir sehen. Vielleicht kommt ja zur WM gar kein Server mehr. Vielleicht kommt der Special-WM-Server, wo man dann nur noch Kicker-Star spielen kann. Wer weiß das denn schon. Wir skieren mal ein bisschen. Das war Intelligenz. Ein bisschen Ausdauer und Nebenattribute. Glück bringt nicht so ganz so viel. Bei 50% ist nämlich das Maximum. Ab zum Dungeon greifen wir einfach mal den Motto an. Der Motto wäre ja fast schon mal gefallen, vor ein paar Tagen. Aber Motto sagt wieder, nee, nee. Ich bin Motorrad. Ich bin Motorrad. Und Motorrad fällt mir nicht, weil ich Motor bin. Er will irgendwie nicht, ne? Der will einfach nicht. Das ist ein schmieriger Drecksack und der will einfach nicht. Ich sehe es doch an seinen kleinen Pimmel. Er will einfach nicht. In der Hose bewegt sich was. Er will einfach nicht. Er will nicht. Nein. Er will nicht. Er will nicht. Er will nicht. Erreichbar HD. Hey, liebe Zuschauer. Guck dir mal den Spieler Daywalker an. Der hat ein Glücksepik drin. Oh mein Gott. Nein. Wirklich. Nein. Er hat kein Glücksepik drin. Nein. Das glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir nicht. Danke von Amber Usher. Bin ich wieder genau an Land zum Gilden Friend bzw. Gilden Leiter. Ich muss mich mal bei dir beschweren. Viele Leute senden dir fast täglich eine PN. Und sie geben sich dafür viele Mühe. Groß, Kleinschreibung, Rechtschreibung, Blablabla. Dass es halbwegs lesbar ist. Und nur wenn ich deinem Postfach mal drei oder vier Gilden interne Nachrichten sind, heißt es nicht gleich, dass alles Gilden intern ist, was im Postfach liegt. Ich würde mich freuen, wenn du ein oder zweimal die Woche, wie du es zeitlich hinbekommst, eine zweite Folge Check the Widget hochlädst, wo du nur die Post vorliest. Ich habe dir nämlich auch schon viele PNs geschrieben, für die ich mir sehr viel Mühe gegeben habe. Und du sie gelöscht hast. Sonst würde ich mich nicht aufregen. Ich hoffe, du weißt, wie ich das mit dem Upload-System meine. Also dann quasi an zwei Tagen in der Woche zwei Folgen Check the Widget hochladen. Ein normaler, eine Postfolge. Ich hoffe, diese Nachricht löscht du nicht. Sonst bin ich ganz entniced. Mit vorigen Grüßen der Morgenmuffel. Ich glaube, ich weiß, warum du Morgenmuffel bist. Ganz ehrlich, das ist nicht akzeptabel. Für dich vielleicht. Für mich schon. Weil ich kann nicht alle Nachrichten vorlesen. Das werde ich auch niemals schaffen. Und das werde ich auch nicht machen. Ich habe schon mal sowas wie Postfolgen gemacht. Ich glaube, die Brieftaube oder sowas in der Art. Es ist wohl ganz interessant. Aber das kann ich nicht bringen, weil es schaut eh keine Sau. Und also erstens, es schaut keine Sau. Und zweitens finde ich es auch ein bisschen langweilig, wie ich die ganze Zeit nur vorlese. Ich bin nicht der große Vorleser, wie ihr vielleicht mitbekommt habt. Bin ich einfach nur scheiße da drin, weil ich meistens die Schweine im Mund habe. Nein. Ich kann es verstehen, wenn du dich aufregst. Aber ihr müsst leider damit leben. Ich werde niemals alle Nachrichten vorlesen können. Das wird niemals passieren. Und ich suche mir meistens ein, zwei raus. Und ich denke mal, ihr habt eine gute Chance, wenn ihr mich öfters anschreibt. Vielleicht, ich sage mal so zu 80, 90 Prozent, wenn ihr mich zwei, dreimal anschreibt in der Woche. Dass ihr vorgelesen werdet. Und ich denke mal, das reicht doch, oder? Ich kann es leider nicht anders einrichten. Wie soll ich das denn machen? Soll ich nur vorlesen, oder was? Dann sind die Parts ultra langweilig. Und kein Arsch will sehen, wie ich nur was vorlese. Bzw. sich anhören. Deswegen mache ich das Ganze nicht. Und wenn du es nicht verstehen kannst, kann ich damit leben. Kannst mich deabonnieren. Kannst mich von hinten in den Kanal beglücken. Ist mir wurscht. Aber anders kann ich es leider nicht regeln. Und ich denke mal, ich bin einer, der bei der Größe von seinen Abonnenten eigentlich noch sehr, sehr, sehr krass auf seine Abonnenten zugeht. Auf das Feedback für Abonnenten gespannt ist und natürlich auch sehr viel Feedback zurückgibt. Beziehungsweise sehr viel Community-Arbeit leistet. Da gibt es wesentlich, auf jeden Fall gibt es da 10.000 Mal andere YouTuber, die sowas niemals machen würden. Die lesen keine Nachrichten vor und sowas. Von daher denke ich doch mal, ist das Ganze noch akzeptabel. Und es geht zur Zeit nicht anders. Wie gesagt, ich werde leider nicht schaffen, alle Folgen, beziehungsweise nicht alle Folgen, sondern alle Nachrichten jeweils vorzulesen. Ein, zwei Nachrichten pro Server sind drin. Mehr leider nicht. Also wenn du dich darüber aufricht, dann ist es deine Sache. Aber ich kann es leider nicht verhindern. Ich hoffe, du hast es verstanden, was ich dir gerade mitgeteilt habe. Mehr ist leider nicht drin. Mehr kann ich leider nicht machen. Und so ist das Leben. Das Leben ist halt kein Ponyhof. Weißt du Bescheid? Nein. Musst halt öfters versuchen. Öfters suchen. Irgendwann schaffst du es. Kannst ja gerne kopieren und einfügen. Aber nicht Spam. Spam ist ultrascheiße. Genau wie Werbung und wie Penisse ins Ohr. Von daher, ich hoffe, du kannst das verstehen. Hallöchen. Der Freakiller schreibt Hallöchen. Okay, Freakiller, was ist los? Hi, du bist cool. Mach bei Craft Attack mit. Nice. Ja, wenn ich bei Craft Attack mitmachen dürfte, würde ich es auf jeden Fall machen. Von daher. Naja, Server 23 ist nunmit fertig. Wir gehen weiter auf Server Nummer 1. Dort gehen wir zur Post. Und du geile Sau, schreibt jemand. Du geile Sau. Hey Lars, du geile Sau. Ich wollte dir nur sagen, dass du mal auf Bein schageln sollst und die Wamper anschauen sollst. Ich habe sie auf Aura 2 oder aus Aura 2 bekommen. Also beim zweiten Spül. Na, wie oft hast du schon gespült? Oh, lass mich raten, Staubsauger. Oh, bist du dreckig. Du bist so richtig dreckig. Oh Mann. Das gefällt mir doch schon wieder nicht. Warum tust du mir das an? Immer das Gleiche. Server 1 können wir eben schnell durchschnacken. Was hier so abgeht. Hier haben wir nichts. Ich muss übrigens Gas geben, weil gleich das Video hochgeladen werden muss. Weil ich wieder so spät dran bin. Weil ich die ganze Zeit nur Blödsinn gemacht habe. Deswegen muss ich jetzt Gas geben. Geh schnell auf Toilette Tee. Und werde dort hineinballern. Eine wunderbare Epic. Das Epic kann weg. Das können wir bestimmt einen Begleiter geben im Türmchen. Was dabei rausgekommen für einen... Ja, klar. Stärke reingeschmissen, Stärke rausgekommen. Ich wohl nicht ganz so schön. Aber naja, besser wie nichts. Weg damit, weg damit, weg damit. Es fehlen natürlich sehr, sehr viele Tränke. Deswegen schaue ich, was hier hinter ist. Natürlich kein vernünftiger Trank. Gib mir einen Trank. Jawohl, einen Ausdauertrank. Und da ist es, habe ich schon. Na toll. Ich brauche einen Stärketrank. Stärketrank, Stärketrank. Gib mir doch einen Stärketrank. Und Stärketrank, bitte. Na, wenigstens Glückstrank. Oh ja, oh yes. Oh, oh, oh. Supergeil. Nice. Sehr schön. Den habe ich gesucht. Jetzt habe ich alle drei wunderbaren XXL-Tränke. Das läuft auf jeden Fall bei mir. Ich werde noch ein bisschen jetzt Stärketrank skillen. Zack, 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 zack. Nebenattribute. Zack, 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 zack. Zack, zack. Arena Kampf, habe ich schon gemacht. Pocket Dragon ist noch am Start. Wir gehen auf die Gilde, die blinkt nämlich. Was ist hier los? Nichts. Schau mal, moin Lars. Rabi hat das Feature Goldschatz ausgebaut. Danke schön, Rabi. Du alter Rabe. Und wir greifen den Panther an. Hier nur ein Try, weil wir leider kein Pilz besitzen. Haben ja alles verblättert. Aber es läuft auf jeden Fall. Alle drei Trop-Tränke. Alle drei Trop-Tränke wieder drin. Alle drei Top-Tränke wieder drin. Von daher kann es nur besser werden. Und ich bin auf jeden Fall positiv überrascht, dass das so gut läuft immer noch hier. Server 1, ein cooler Server. 100 Alu natürlich ein bisschen schleppend jetzt. Aber es läuft. Es läuft wie am Schnürchen. Server 2.de. Greifen wir das Windelement an. Haben wir natürlich gewonnen gegen das Windelementar. Wir haben noch so viele Epics, Leute. Haben letztens ein Random-Epic bekommen. Random-Epic for the win. Schmeißen jetzt hier eins hinein. Wie wäre es denn in der Mitte dieses Epic? Ryan, bitte. Dankeschön. Kann... Was ist denn jetzt? Sag mal, ist das hier... Ist das irgendwie... Habe ich jetzt gerade ein Déjà-vu? Habe ich... Was hier... Hä? Habe ich jetzt schon wieder ein Epic hier? Okay. Okay. Okay, wenn... Nimm es halt mit, ne? Neues Epic. Zauberland auch noch ein Epic. Oh, schade. Gibt es ja gar nicht. Ich bekomme jeden Tag ein neues Epic. Das ist natürlich wunderbar. Es gefällt uns alle. Deswegen muss ich jetzt sogar eins verkaufen. Weil ich sonst keine Dungeon-Tries machen kann. Und zwar das Teu ist. Epic verkaufe ich jetzt. Das wäre in diesem Fall... Äh... 6... Äh... 2... 3... 3... 3... Ja, verkaufen wir das Epic. Zack, weg damit. Ja. Ich meine, ist halt so, ne? Kann halt mal passieren. Gilde blinkt. Haben wir hier einen Kampf? Nein? Okay. Dann werden wir auf jeden Fall jetzt erstmal hier skillen. Und zwar Ausdauer. Ganz viel Ausdauer. Nur Ausdauer, weil ich viel zu wenig Ausdauer habe. Wie jeder sagt, dass ich zu wenig Ausdauer habe. Deswegen stille ich jetzt nur Ausdauer. Dann habe ich ein bisschen mehr Ausdauer, weil jeder meint, ich habe zu wenig Ausdauer. Wisst ihr Bescheid? Wegen Ausdauer. Alles weggeskillt. Wunderbar. Skillen hier noch ein bisschen rein. Gehe auf Arena und greife dieses Kollege an. Gewinne natürlich. Und gehe dann als nächstes auf jeden Fall ab in den Dungeon. Und im Dungeon haben wir natürlich noch sehr viele Gegner. Also der letzte Dungeon, der ist noch offen. Beziehungsweise da müssen wir noch einen Schlüssel finden. Und hier ist der Kollege, der natürlich fällt. Da kommt das nächste Epic wieder reingeflutscht. Und ich bin schon wieder voll mit Epics. Leute. Ich weiß nicht, was ich machen soll. So schön. Wie soll ich das nächste Epic verkaufen? Wäre natürlich blöd fürs Klöchen. Aber. Hei, hei, hei. Okay. Eins noch. Eins noch verkaufen. Zack, weg damit. Dann können wir auf jeden Fall noch verzaubern das Ganze hier. Wir bekommen so viele Epics. Ich kann mich gar nicht mehr freuen, weil ich so viele Epics bekomme. So, dann kommt der unheilige Mönch. Der natürlich jetzt auffällt. Im First Try nicht. Nicht im First Try. Was ist denn da los? Hallo. Was ist denn los mit dir? Kannst du bitte mal fallen jetzt? Unheiliger Mönch. Weil er der zehnte Dungeon ist, Leute. Der zehnte Dungeon gibt dem Maus. So 100%. Ich habe ja gerade neue Handschuhe bekommen. Da gibt es noch ein paar. Also die Epics spritzen mich einfach an. Es ist so eine spritzige Angelegenheit. Und ich raste völlig aus. Weil ich nur Epics bekomme. Aber es läuft bei mir. Es läuft wie am Schnürchen. Deswegen sage ich nur eins. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr dieses Video mit einem Daumen nach oben bewertet. Ich weiß, ich hatte heute sehr oft einen Schwanz im Mund. Es tut mir leid. Sehr oft versprochen. Sehr, sehr oft versprochen. Und es tut mir leid. Ich hoffe, beim nächsten Mal ist es besser. Ich bin der Lars. Wie gesagt, ihr seid ein Haufen super nicer Boys. Däumchen nach oben, wenn ihr mehr sehen wollt. Und haust rein. Bis bald. Und tschüss, tschüss, tschüss. Auf Wiedersehen. Nice. Tschüss.